Leute, es dauert jetzt. Ich habe jetzt hier... Ich habe jetzt Folgendes getan. Ich habe jetzt Kaffee... ...überordert. Und der Kaffee wird auch kommen. Wir wissen nur nicht wann. Doch, ich weiß wann. Ich musste trotzdem den Walk of Shame gehen. Also, ich muss hier zurücklaufen. So. Das ist schon unangenehm. Ja, das weiß der Schmetterling auch selber. Der Schmetterling ist sich dessen absolut bewusst. Na ja, war eine gute Runde. So. Okay. Also. Das ist... ...impossible. So, und sie ist mein Super-Tank. Sie spielen wir jetzt. Die liebe ich. Die ist sehr leicht designt. Der ist leider zu gut. So, wie viel muss ich hier abschließen? 20. Wir kaufen jetzt den, weil der ist immer gut. Und jetzt kaufen wir nie wieder was. Kaufen kenne ich nicht. Was macht kaufen? Weiß ich nicht. Das ist ja eine Diamond Zone. Es ist eine Diamond Zone. Ah. Wollte man was sehen? Atomexplosion. Rums. Na? So. Warte mal. Boah, das ist keiner gut. So. Das ist gut gegen den Boss. Also. Wir kaufen nichts. Wir kaufen nur über 10. Wir machen es so. Wir spielen so. Ich gucke nicht mal hin. Na, das ist aber ein One-Shot. Boom. Boom. Bitch. Get out the way. Man sagt übrigens nicht Bitch. Oh, fuck. Fuck sagt man auch nicht. Oh, man sagt manchmal Shit. Habe ich den Hammer? Ja, ne? Geil. Tschüss. Es war schön mit euch. Ich bin zu gut. So. Is it worth though? Er leuchtet. Ich bin zufällig. Ich bin zufällig in jeder Phase ein hinzufälligen Slot für das goldene Würfelset. Einzigartig. Das bedeutet, das bedeutet, nach 10 Runden hat das Ding sich selbst finanziert. Kind of good. Kind of good. Nee, 12. Ihr habt recht. Dann nicht. Ich muss ja... naja, ich mach halt noch ein bisschen was drauf. Na, nee. Wir müssen uns dann an die eigenen Regeln halten. Das ist eigentlich das Wichtigste. Im Leben auch. Im Leben auch. Du machst dir ein Set aus Ruhls und dann ist es ganz leicht. Dann hältst du dich einfach dran. So. Hier geben wir mal... Ich hatte so Sachen gehabt, wo die... Wo... Oh, was ist mit ihm passiert? Der Grabräumer. Entfaltet Draug. Wie Draug? Was ist ein Draug? Oh, das ist gut. Ich bin Draug und dran hier zu verlieren. Okay. Okay, wir bürsten jetzt einfach nieder. Das ist ein Draug. Bunk. 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 Bup. Easy. Easy. I just can't sleep. Das ist impossible to dodge. Okay. Wenn das vier kosten würde, würde ich es nicht mehr. Aber wir brauchen mehr Würfel. Okay. Das ist das einzige, ich schwöre, das ist das einzige, was ich kaufen werde. Weil es wirklich gut ist. Weil es wirklich gut ist. Also, ich kann es nicht promisen. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Dann steht Schule hinter dir. Wirf alle verfügbaren Silbermünzen ab. Das ist... Also... Ich meine, gilt hier der Hammer? Jetzt war ich mal die Superbrains. Leute, gilt da der Hammer? Wie war der Urlaub? Der war ja eigentlich schön. Aber ich werde noch ein bisschen darüber Story-mäßig quatschen. Das ist immer komisch, dass man da so ein bisschen zurückhält, ja? Content, Maxine. Du brauchst mehr Content. Also, sie ist halt sehr plump, weil sie ist auch fast tot. Aber sie ist sehr gut, weil du kannst unendlich heilen. Ich würde aber gerne den Ladenbesitzer haben. Alles verloren, so viel gekauft. Ich probiere es. Nicht so schlimm wie Centerparks. Nee, Centerparks ist nicht unterbietbar. Also, wir kriegen manchmal mit, wie andere in Centerparks fahren. und uns dann Ähnliches erzählen. Okay. Nee. Nee, das ist gut. Okay, wir würfeln erstmal. Siehst du das? Da steht Schule hinter dir. Siehst du das? Nee, das ist eine Instant-Blüppung. So, jetzt haben wir ein Problem. Weil jetzt brauch ich... Was? Jetzt brauch ich kleine Sachen. Ich würde gerne das hier machen. Ich würde gerne das hier machen. Und jetzt würde ich testen. Ich hämmer meinen eigenen Ladenbesitz. Oh, das ist neun. Das ist viel. Joke. So. Wie beim Kauf. Jetzt habe ich das hier ready. Nee. Also, das hat wenigstens in sich funktioniert. Das ist schon mal gut. So, der muss weg. Der ist zu kratzt. So, wir heilen den jetzt. Okay, also der Ladenbesitzer fängt an, mir Spaß zu machen. Wir brauchen jetzt bloß ne Eins. Dankeschön. So, also das ist gut. Das ist sehr gut. Und ich denke, auch das ist gut. Der klaut mir die Silbermünze. Aber ich kann ja tatsächlich durch Superstrategie. Wieder hat sich der Würfel gelohnt, ihr Ratten. Guck. Bleh. One-Shot. So, pass auf. Deswegen kann man hier auch die Münzen klicken. Strategisch. Nee. Nee. Das gilt für alle. Ist das fucking broken? Ist das broken? Ne Tasche gekriegt. Beim Kauf erforderliche Silbermünze um eins verringert. Insanity. Ich hab' zu viele Würfel. Ich brauch' ne Eins. Danke. Ist das nice. Okay. Das ist krass. Ich könnte jetzt die Sechs schon mal ready machen, oder? So kann man ja auch spielen. So, er kostet nur eins. Er fällt da hin, nur leider. Ich falte dich gleich. Oh, das geht nicht. Erhöhe alle Gesamtslots um drei für den Rest des Spiels. So. Also das ist turbo fucking broken. Guck mal. Ich muss dann ja auch nichts zahlen. Was hab' ich jetzt bekommen? Heile deinen Begleiter um zwei. Und jetzt kann ich das wieder anmachen. Kann ich das hier durch die Sechs austauschen? Und dann kommt der weg. Leute, es ist unfassbar. Guck mal, was jetzt passiert, was ich jetzt mache. Seht ihr das eigentlich? Können das eure kleinen Mini-Gehirne überhaupt komprehenden, was da passiert? Das ist witzig. Alter, ist das Tolkien? Können die das? Guck mal, noch, noch, noch einem. Ewiges Feuer. Immer, wenn du einen roten Würfel würdest, kriegst du Geld. Fuck. Die 3 ist nicht gerade richtig. Das ist ja eine Diamond Zone. Und noch eine Münze. Ist die 3 gerade? Ich muss die 6 da wegschmeißen, ne? Ja, ich will keinen Schaden nehmen, Leute. Wir brauchen jedes bisschen Leben. So, guck. So, guck. Weiteren identischen Flott. Was? Okay, das ist jetzt worth. Dankeschön. Dankeschön für's Summen. Das ist jetzt, guck mal. Das wird doch ja ein der schlechten Erwischen, oder? Ne, wir machen gar nichts. Nächste Runde kaufen wir einen. Guck mal, hier können wir einkaufen. Wir haben jetzt unsere starke Phase. So. Wir brauchen hier keinen, oder? Mal deinen zufälligen, seltenen Gegenstand. Ne. Ne, ne, ne. Also wir behalten sie, weil sie ist zu krass. Sie ist zu gut. Tschüss. Fuck. Okay, also wir bleiben ruhig. Ah, warte mal. Was macht sie? Ausgeklappt. War das aber nett. Aber dann haut die mir übelst aufs Maul. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Also das ist eine 6 und das ist eine 5. So müssen wir, glaube ich, spielen. Der hier one-shotted normalerweise, aber jetzt nicht. Ah, mein Herz ist gestohlen worden. Oh, ich bin so dumm. Ich bin wirklich dumm. Ich bin ein dummer Lumpa, bin ich. So, was haben wir hier? Also jetzt kommt ja gleich der Boss. So, wir nehmen einfach das, weil dann ist alles gut. So, wir haben 10 Münzen. Vampir! Na, du bist ein Opfer! Du bist ein Opfer! Guck! Boom! Ich bin Konstantinopel, bin ich. Ne, warte mal. Konstantin. Ne, ich bin ein Werwolf. Ich bin Knoblauch. Ich bin ein Flock. Ne, win! Und wen haben wir? Krieger! Und wieder der Bauer. I take it. So, und zwar haben wir Urlaub. Na, und jetzt hatte ich die Frage, wie macht man wirklich Urlaub mit 3 Kindern? Na, wie läuft das in der, und da bin ich ja ein großer Freund von, in der Realität ab? Was ist Realität eigentlich? So, und Realität ist absolut brutal. Na, das heißt, in Wirklichkeit ist alles sehr, sehr, sehr viel stressiger, als man denkt. Das heißt, die tatsächlichen Benefits sind noch nicht da. Ich mache nicht Urlaub, so wie ihr Urlaub macht. Na, das passiert einfach nicht. Na, ihr macht Urlaub und sagt, ich chill jetzt. Und mache im Prinzip, was ich will. Richtig? Ist das die Traumdefinition von Urlaub? Ich mache, was ich will. Den gesamten Tag. Und das hast du natürlich als Eltern nicht. Du machst nicht als Eltern, was du willst. Es gibt natürlich so ein paar Situationen, wo man bewusst ein Familienhotel wählt, um die, was ich will, dramatisch zu erhöhen. In Form von, ich gebe meine Kinder ab und mache, was ich will. So, das geht aber nicht, nicht immer. So, das geht einfach legit nicht immer. So, und dann musst du quasi, weil du in der Realität lebst, Abschläge machen. Das heißt, was bringt... Jawoll, Ladenbesitzer! So, was bringt mir ein Urlaub? Okay, was bringt mir ein Urlaub wirklich? Was fällt weg? Für Diana fällt dann zum Beispiel Hausarbeit in irgendeiner Form weg. Ich bin ja zwei, drei Tage in Berlin. Das bedeutet, der ganze Wäschekram und Geschirrspüler und was nicht alles muss halt gemacht werden. Und der fällt weg. Boom. Pluspunkt. Du hast weniger Hausarbeit. Der nächste Punkt, der wegfällt, ist, du hast keine Gedanken daran verschwendet. Scheiße, was kochen wir heute? Was machen wir heute zu essen? Das ist halt so ein Problem eigentlich. Das ist eigentlich geil. Aber später werden wir alles mit der Fähigkeit machen. Aber ich glaube, den müssen wir nehmen. Weil der... Aber nee, wir dürfen eigentlich nichts nehmen wegen Geld. So. Ja, also das ist wichtig. Du hast quasi keine Gedanken mehr an den Haushalt, also du sparst. Du hast keine Gedanken mehr an Nahrung, weil dir Essen gemacht wird. Das sind zwei Dinge, für die tatsächlich Eltern gerne... Mit dem exigen Urlaub, ja. Aber tatsächlich gerne Geld in die Hand nehmen, weil das ist gone. Natürlich müssen wir Malou trotzdem betreuen. Und ich versuche quasi dann Diana Zeit zu erkaufen, indem ich viel mit ihr spiele. Und dann versucht sie mir Zeit zu erkaufen, damit ich was anderes machen kann. Ich habe zum Beispiel eingefordert, ich will eine Stunde Training am Tag machen. Ja, da gibt es ja auch so einen Trainingsraum. Und den nutze ich. Oder habe ich genutzt. Und das hat mich natürlich entsprechend auch glücklich gemacht. Was mit ihm? Warum ist er so aggressiv? Ja, wir machen mal die ganzen kleinen Kackzahlen weg. Äh, den brauche ich eh nicht. So, also solche Dinge... Äh, fordere ich dann quasi ein. Aber trotzdem muss ja betreut werden. Wir können natürlich sagen... Ey, wir geben das Kind einfach ab. Und... Alles ist cool. Na, das wäre natürlich theoretisch möglich. Oh shit, ich muss nur auf jeden Fall das mit den Silbermünzen ein bisschen besser machen. Oh, die ist fast tot. So, warte mal. Wir brauchen das. Und dann nehmen wir die Silbermünzen. Und jetzt kommt der One-Shot, richtig? Guck mal. So, jetzt geht es langsam auf. Eine Sekunde, ich muss kurz das Bild erklären. Boom! Kugel, gut. Müssen wir uns merken. Kugel, müssen wir uns merken. Weil... Könnte einen extra Würfel bringen. So. Und jetzt wenden wir den Zug. Sehr gut. So. Also das ist... Das ist quasi das Ding. Und dann stapeln sich natürlich noch andere Sachen. Wir nehmen natürlich so ein Familienhotel, damit die Kinder sich auch quasi selbst beschäftigen. Das ist sehr schwer. Mio ist quasi auch noch so ein halbes Baby. Na, und möchte auch viel beschäftigt werden und oft Dinge machen, die... Für uns einen riesen Nachteil, basically, darstellen. So, warte mal. Jetzt muss ich super intelligent sein. Ich mach jetzt erstmal den hier. Na, das bedeutet, er will halt so viel Tischtennis zocken oder so. Was natürlich... Was ich natürlich cool finde, weil ich mag ja Tischtennis selber, aber... Heißt natürlich dann auch wieder Investment. Heißt halt wieder ein zeitliches Investment. Na, ich mach das natürlich gerne. Und es macht auch Spaß. Aber es muss trotzdem koordiniert werden, weil die beiden... Großen, sag ich mal, es nicht schaffen, irgendwas gemeinsam zu zocken. Das ist ja offensichtlich ein riesen Nachteil. Ach, das ist auch ein Nachteil. So, warte mal. Wir haben hier nur eine Münze. Das ist schon mal gut. Also das muss jede Runde aktiviert werden. Und wir heilen eben Leute auch. So. Äh, mach ich mit dem. Boah, das ist ja tragisch. Doppelköpfe. Wenn du ein paar würfelst. Ja, gerne. Boom. Silbermünzer. So, also das ist halt... Das ist halt crazy. Und dann gibt es noch viele kleine andere Dinge, die ich mir dann quasi aufschreiben müsste. Die dann nicht dazu führen, dass du tatsächlich das super Urlaubsfeeling hast. Also für mich ist Urlaub immer noch... Keiner sagt mir, was ich zu tun habe. Und eine überproportional große Masse... An Geschlechtsverkehr. Okay, auch das... Sagen wir, wie es ist. Die Maschine ist nicht aufzuhalten. Na? Auch das ist natürlich kompliziert. Sehr kompliziert. Hohe Geschwindigkeit wird teilweise gefordert. Wo man ja eigentlich keine hohe Geschwindigkeit haben will. Na, also ist es schwierig. Ekelhaft. Ja, ist wirklich so. Boah, die Würfel sind ekelhaft. Ich kriege jetzt nochmal zwei schon. Oh, das ist so gut. So, also das haben wir gemacht. Der Zweierwürfel bleibt da. Boom. Also es geht so mittelgut auf bisher. Das wollen wir nicht. Oh, das ist... Das testen wir. Oh, das ist... Das testen wir. Das ist ja fantastisch. So. Das ist ja fantastisch. Oh, der Overkill hat gezählt. Oh, der Overkill hat gezählt. Oh, der Overkill hat gezählt. Stopp. So, Anna. Es gibt eigentlich gar nichts zu zählen. So. Wir dürfen jetzt die Münze noch nicht nehmen. Wir müssen jetzt den Zug beenden. Oh, das ist Lucky. Oh, das ist Lucky. Bruder, das ist Lucky's Vater. Boom. Noch ein Gegenstand. Es geht auf, Leute. Heidet den Begleiter um zwei. I take it. So. Absolute Maschine. Auf jedes Kind auch mehr. Also manchmal ist die Überlegung da, aber das ist eher so... Weil man doch so irgendwie älter wird, weißt du? Wieso hab ich die Eins behalten? Ich vergesse es die ganze Zeit, aber es ist ja fucking broken. Ich brauche noch ein Gold mehr. Also sieben Gold ist der Traum. Sieben Gold ist legit der Traum. Guckt euch das mal an. Boom. Und weil es ein Overkill ist, kriege ich noch mehr Würfel. Boom. Nee, warte, das war falsch. Ich kriege noch ein Item. Goblin... Ich kriege jede Runde ein Item. Oh, wir sind schneller bei... Das ist ja übergegeben. So. Ja, den müssen wir, glaube ich, trotzdem tüdeln. Ja, also guckt euch das mal an. Ich hab so viele Würfel übrig. So. Nee. Beringert alle Gesamtslots um zwei. Okay, das ist krass. Aber wir haben jetzt den... Also das brauche ich eigentlich nicht. Also wir machen später sowieso so viel Damage, dass es... Also jetzt kommt die starke Phase. Vielleicht hat das noch nicht gerafft. Boom. Okay, das ist nicht gefähr. Das ist keiner good. Boah, sechs Schaden geht nicht. Also wir müssen das trotzdem machen. Das ist ja übel hohl. Wir brauchen auf jeden Fall Healing. Medic. Weg. So, wir müssen... Wir dürfen jetzt den Zug nicht... Nicht beenden. Also wir nehmen jetzt den Schaden an. Weil ich muss eine vier Würfel. Das ist das ganze Bild. Basiert nur darauf. Jawoll. Reicht mir. Also es ist weird. Aber wir nehmen es trotzdem. So. Wir nehmen es. Wir verlieren jetzt ein bisschen Geld. Das ist okay. Hä? Nehmt ihr mal das Item, was als letztes da war? Ja. Verrückte Dorfbewohner. Gestört. Der Overkill erzeugt einiges. Ja, ja. Der ist wirklich gut. Dankeschön für vier Monate. Das ist sehr, sehr... Lieber. So, also wir würfeln erstmal volle Wucht. Bonk. So, was macht der? Faltet ein zufälliges Monster. Ja, das ist ja fast egal. Zack. Ja, die Sechserwürfel haben wir, Leute. Also wenn wir die Hydra oder so als Gegner kriegen, ist es legit... GG. Ich meine, wir kriegen trotzdem Damage. Das ist nicht gut. Faktiv 5 muss man behalten. Wir brauchen eine 4. Also das ist alles Baut darauf. Äh... Bitte nicht mich. Oh, Mann! Okay, wir haben's geschafft. So. Nochmal Knoblau. Okay, also jetzt haben wir ein HP-Problem. Nach jedem Phasen Ende ist Quatsch. So, also der Begleiter wird genug gehealt. Wir müssen mal... nochmal würfeln. Oh, das ist gut. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Aber das... Das müssen wir jetzt holen. Das ist ein bisschen Kacke, aber müssen wir holen. Weil ich bin sehr low. Ich bin sehr low. So. Wir würfeln nur Sechsen, weil ich das kann. Das ist so eine besondere Eigenschaft von mir. Okay. Ungerade. Ungerade. Eine 5 ist ungerade, richtig? Fuck, wir overkillen nicht mehr so doll. Wir müssen das jetzt eigentlich so machen. Schön. Für eine 1. Das macht mich ja überglücklich. So. So, jetzt wird's schwer. Weil jetzt brauchen wir die 4. So, der nennt das E, oder? Ja, fuck. Da ist die 4. Jetzt haben wir ein Problem. Hand hoch, wer das Problem erkennt. Ein Problem ist, ich will Items. Das andere Problem ist, wenn ich dann keine 4 rolle, bin ich tot. Und jetzt geht das Bild grad mal grad so auf. Ich muss den leider töten. Ich muss den töten. Mit 3 Würfeln ist zu riskant. Jetzt geht full gamble, ihr seid völlig mit. Nach dem Falten eines Feindes. Plus 1 Würfel für nichts. Okay, das ist gut. Das ist auch gut. Aber wir sind arm. Wir brauchen Geld. Es ist so scheiße! Geld ist jetzt so wichtig. Weil wenn ich das mache, geht das nicht mehr. Also es geht nicht. Hier könnte ich mich überkrass hoch... Das wäre ein Kompromiss. Aber wir können nichts machen. So, das war gut, dass wir das behalten haben. So, los geht's. Wie fühlst du das an? Wieso krieg ich da eine 1? Ungerades Buch, ne? So, jetzt nochmal eine 6. Ich würfe ja immer 6 in im ersten Zug. Warte mal, wir... Warte mal, das muss ich beenden. Ich muss jetzt einen Schaden einfach kassieren. Und nochmal. Und nochmal. Das zählt. So. Von Heel! Heel! So, das war gut. Jetzt mache ich Superintelligenz. Wir machen das. Dann das. Schade, ich habe auf eine 4 gehabt. Okay. Geht los. Oh. Und Atombombe. Bam. War ein guter... Gutes Play. Seid ihr von mir auch gewohnt? Seid ihr von mir... gewohnt? So. Jetzt haben wir die 4. Die 4 ist wichtig. Die 4 ist das... Oh! Nochmal was Leckeres. Nochmal ein kleiner Schmackowatz. Ich glaube, ich muss die Zahlen auch ersetzen. Ich glaube, das ist strategisch... klug. Das zu ersetzen. Weil... Ich habe ohnehin... 12 Sechsen am Anfang. Warum schlägst du mich? Hör auf! Ich bin der König! So, wir haben wieder viel Geld. Oh! Ende des Zuges. Wir töten einfach instant irgendeinen. Das ist ein Instant Death. Aber wir sind noch nicht da, wo ich gerne sein hätte wollen tun. Wir müssen warten. Es gibt so ein Item. Das kaufst du... Und dann kriegst du so viel Geld... Wie viele Items du hast. Und wisst ihr, was ich habe? Gesandt. 5000 Mal Items. Das ist ein hartes Opfer. Warum ist das ein hartes Opfer? Listen! Erstmal machen wir den hier ungerade. Dann machen wir den gerade. Und jetzt schaut ihr das an. Boom! Boom! Und jetzt kommt das Riesengehirn, was ich nun mal bin. Boom! Und nochmal Würfel! Aber keine einzige verschissene 4. So, wir machen jetzt so. Wir nehmen das jetzt hier runter, den Damage. Wir müssen jetzt hier ein paar Runden bleiben. Das zählt als 4. Wir können also gehen. So, was habe ich gekriegt? Laterne. Noch ein Würfel mehr. Das heißt, mehr Sechsen am Anfang. Leute, meine Intelligenz ist zu hoch. Ich merke das täglich. My Intelligence. Too high. So. Okay, also ich mache erstmal sicherheitshalber erstmal das. Da habe ich jetzt ein paar Würfel bekommen. Das ist gut. Das machen wir nochmal. Und dann machen wir das hier. Und der muss sterben. Der ist viel zu groß. Das geht auf keine Kuhhaut, würde man in Bayern sagen. So, dein Leben ist ausgehaucht. Und dann haben wir hier. Ungerade. Und das ist doppelt. So, keine Sorge. Wir würfeln ja eh nur Sechsen. Was wir jetzt aber brauchen ist, neben grammatikalischen Fähigkeiten, ist eine 4. Der braucht zwei Vieren. Ideal. Noch eine Laterne. Was macht die nochmal? Noch ein Würfel beim besten Wurf. Was extrem scheiße ist, by the way. Das ist extrem sinnlos. Also wirklich sinnlos, Leute. Weil wir haben jetzt zwölf Würfel am Anfang. Oh, darauf hätte ich Bock. Das ist absoluter Bullshit. Aber das ist gut. Wir falten sofort einen zusammen. Die Sprengfalle. Sprengfalle nehmen wir. Wir machen jetzt ein bisschen weniger Damage. Aber das ist nicht schlimm. Oh mein Gott. Den hat es komplett gefaltet. Instant Falt. Guck mal, ich habe zufällig eine 6 gewirft. Boom. Stopp. Ah, es geht nicht auf. Doch, es geht auf durch meine Superintelligenz. Ah, es ist aber wenig Intelligenz. Da hätte ich mehr erwartet. Ich hätte mehr... Mehr von mir selbst erwartet. Bruder, das sind 8 Schaden. Bist du eigentlich... Also Leute, 8 Schaden... für ein potenzielles, schlechtes Item. Geht nicht. Nein, wir brauchen Geld. Geht nicht. Oh mein Gott. Das... Weißt du, das ist eine 4. Ihr seht das nicht durch euer winziges Gehirn. Aber es ist eine 4. Was bedeutet... Boom, Apple! So. Das ist ein Hit. Und das ist theoretisch noch ein neuer Würfel. Boom! Wie viele Würfel? Noch mehr! Boom! So, das kommt jetzt hier alles raus. Wir machen da jetzt lauter 4 rein. Hä? Warum die 4? Naja... Weil wir es brauchen. Weg! Eine super 4. Und dann... der hier. Ja, sogar eine 4 übrig. Sogar nochmal Gold machen. Ist noch nie passiert. So, Ruhe bitte. Wir sind jetzt vom Boss. Ich könnte meinen Begleiter falten. Wäre jetzt eigentlich gar nicht so bad. Aber wäre auch fies. Wir gehen rein. Ah! Und das ist... Das ist schlimm. Das ist ein Drache. Der wirft Feuerbälle. Lüge! 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 Ihr kauft das Spiel nicht. Einfach angelogen! Einfach angelogen! Eventuell Bossfight-Fähigkeit. Steht nicht da! Der macht einfach nur Feuerbälle. Und sogar nur Einsen habe ich jetzt. Ich habe jetzt nicht eine... Äh... Sechs. Das muss ich jetzt so machen. Ich kriege nur Einsen! Was ist das? Dann kriege ich dir nur Einsen jetzt. Aber ist vielleicht auch nicht so schlecht. Du musst immer aus dem Beste das Schlechteste sehen. Wo sind meine Sechsen? Warte, habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ist das wegen der Sprengfalle? Wer von euch war das? Ich habe die Möglichkeit, euch zu verklagen. Bei der Macht von Greyskull. Das geht so. Boom! Arm! Wollt ihr das? Was ist das? Noch ein Feuerball. Ha! Jetzt sind die Sechsen wieder da. Jetzt zeig dir mal einen Feuerball! Der Streamer-Feuerball! Ich schmeiß mit Geld! Wie fühlt sich das an? Ha! Boom, Bitches! Was hab ich gekriegt? Beginn das Spiel mit einem zufälligen, gewöhnlichen Gegenstand.